Immer schön den Popo verbrennen. Schön verballert. Ja, vielleicht krieg ich es ja am Ende noch hin. Möwen, Bögen, Pumma, Fischel. Möwen, Bögen, Pumma, Bögen. Ich bin immer noch, ich bin immer noch, ich bin immer noch. Ich bin immer noch. Wenn ich das jetzt noch hinkriege, da will ich aber nicht gut drauf, jo. Nee, nee, da war ich mit den Hummern zu sehr abgelenkt. Das war mein Fehler, aber das ist eigentlich super machbar. Hier jetzt keine Hummer mitnehmen, nämlich sonst nur Chaos. Weil ich dachte eben, ich habe es zwar tausendmal gesagt, ich dachte eben, nach den Möwen kämen die Hummer dran, weil die halt so direkt da kamen, deswegen war ich da etwas verwirrt. Aber es läuft ja jetzt ganz gut, abgesehen davon, dass ich gerade abgestürzt bin, aber passt schon. Ich weiß auch gar nicht mal, was der Jäger hier für eine Aufgabe ist. Ich weiß zwar, wo der ist, aber ich weiß jetzt nicht, was das für eine Aufgabe war. Wahrscheinlich wieder irgendwas mit Kümel und Aliens, aber... Huch! Eieieieiei! Auch knapp! Aber machbar! Super! Möp míp! Möp míp! Möp! Möp! Oder so! Mit seiner Fashion Sonnenbrille! Ich glaube, das Rennen gegen die blaufüßigen Tölpel ist relativ schwierig. Ja, bla bla bla, muss da durchfliegen, erster werden und ja. Ich wase Dach! Oh nein, mich aufs an der Nase! Oh, okay, eins, zwei, boah, drei Stück kann man hier nehmen. Das ist doch mal was. Die können wir auch nochmal nehmen. Oh, eine scharfe Kurve. Oh, was geht denn jetzt mit meiner Nase ab? Hm, das ist mir zu knapp. Ich will auf jeden Fall den hier machen. Eins, zwei, drei nicht, okay, aber das war doch schon mal ganz gut. Aber der hat ihn, glaube ich, auch genommen. Uh. Oh, das wird knapp. Das ist Witz. Nicht knapp, sondern schwierig. Ja, gut, dann halt nicht. Ist auch okay. Oh, die Kamera. Eins, zwei, drei, vier. Ach, fuck. Also die vier muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Naja. Oh, ich habe ihn auch nicht mitgenommen. Dritter. Wie gesagt, ich habe es gesagt, dass es schwer ist. Mal sehen, wie es jetzt wird. Wenn wir alle Sternchen mitnehmen. Schön die Kurven schneiden. So irgendwie es geht. Eins, zwei, oder auch nicht, drei, drei. Zell-Weltmeister, Julia. So, den auf jeden Fall da unten auch mitnehmen. Ich weiß nicht, was schneller ist. Der Stern oder... Das Rennen. Aber ich glaube, der Stern ist schneller. Oh, hei, hei, hei. Das war sehr knapp. Sehr, sehr knapp am Ruhm vorbei. Aber ich glaube, das wird wieder nichts. Das ist halt schwierig, habe ich gesagt. Zwei, drei. Ich habe den vierten schon wieder nicht mitgekriegt, ey. Das ist hier nicht das Gelbe vom Ei. Ja, schon wieder verpasst. Super. Das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Variante. Merk! So, da vorne ist schon der zweite. Sind wir auf jeden Fall ein bisschen besser als wir vorhin. So, Stiegelab! Aber der hat die vier Stück nicht mitgenommen. Ich weiß nicht, ob das wirklich hier hinten kürzer ist, weil... Imchen schneidet ja schon die Kürze nicht hart da, die Strecke. Da vorne ist er. Sackgesicht. Ah, nein. Will da mich gerade einer überholen? Oder war der woanders? Der hat den Falschen anvisiert. Okay, das gibt wieder nichts. Aber ich bin eine Sekunde besser. Oh, nein. Aua! Ich habe das damals geschafft. Ich schaffe das heute auch. Kann ja nicht sein, dass ich das als kleines Pupskind geschafft habe und jetzt das nicht mehr auf die Kette kriege. Und immer Kurven schneiden. Kurven schneiden, Kurven schneiden. Das ist ganz wichtig. Und gegen Pfosten fliegen, natürlich. Das ist auch sehr wichtig, weil sonst funktioniert das Ganze nämlich nicht. Ah. Lasst ihr mich alle in Ruhe. Oh, eins. Zwei. Drei. Vierten wieder verpasst. War ja klar. Verpasst. Gegenwand gedonnert. War auch nicht so geil. Ist doch hier Müll, ist das. Fast genau so ein Müll, wie das andere Level. Ah, schon wieder verpasst. Aber wir sind Zweiter. Hey, in der zweiten Runde sogar. Kann ja vielleicht was werden. Und da vorne ist der Erste. Oh mein Gott, warum? Ich habe doch nichts anders gemacht als eben. Ich will jetzt hier nichts blödes machen. Ich will jetzt hier nix blödes machen. Nee, den nehme ich nicht mit. Jetzt kriege ich den aber. Wow. So. Jetzt muss ich noch gut fliegen. Den nehmen wir mal hier als Hilfe noch mit, falls er uns doch nochmal überholen sollte. Aber ich glaube nicht. Mir ist gerade ein bisschen warm, doch. Schon wieder an dem Ding vorbeigeflogen. Ich mache es mir auch selbst schwer, ne? Einfach jetzt ganz normal das Ding zu Ende bringen. Aber nee, ich muss nochmal alle Sterne mitnehmen. So, den Stern da unten nehme ich Unheit mit. Und das Lustige ist, ich war einfach mal zwei Sekunden langsamer und bin trotzdem Erste geworden. Und bei dem einen Versuch bin ich Dritte geworden oder so. Das ist ja unfassbar. Ach. So, jetzt müssen wir auch die Jäger-Dings machen. Jessie. Die Jäger-Aufgabe, wo ich immer noch nicht weiß, was es war. Äh, Zeitspiel. Ich meine, der wäre hinten in dem Leuchtturm drin. Meine ich mal. Das sieht gut aus. Wo kommen bloß immer diese fliegenden Schaf-Untertassen her? Gerade hat sich wieder einer ein Ei geschnappt und ist damit abgeschwört. Dies hier ist super schnell, aber die Untertasse ist beschädigt und zieht Rauchringe hinter sich her. Ich glaube, ich kann mit ihm Schritt halten, solange ich es durch die Ringe schaffe. Oh nein, wir müssen durch die Dinger fliegen, ey. Ich bleibe an ihm dran. Ja, bleibe an ihm dran. Ich bin gleich zurück. Ja, mach hinne. Mein Gott, ist die Kamera noch dran. Solange denn, ich wollte gerade sagen, solange denn keine nicht-vorhersehbaren Manöver hier macht es hier ganz easy-peasy. Da Jäger mit seinem Fettarsch voll in der Kamera hängt, kann ich hier kaum was sehen. Wo ist er? Wo bin ich? Ach, scheiße. Ja, ist doch lustig, dass er nie irgendwie sowas hat, so von wegen, mäh, 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 das musst du das nächste Mal besser machen, bla bla bla. Du quatschst schon einfach wieder von vorne. So könnte er mal die ganze Zeit fliegen. Jetzt macht er... Diese eine Kurve, das ist unfassbar, die ist so behindert. Ja, mach jetzt! Warte, war knapp, dass das noch gezählt wurde. So, ich muss dann lenken, wenn wir da unten drunter durchfliegen, ist der direkt an links. Ah, ok, der macht noch einen größeren Bogen. Richtiges Müll-Level, so richtig. Ich will lieber kleine Eskimos haben, die irgendwie an den Paraglite-Dingern hängen und von Jet-Skis gezogen werden. So, jetzt macht er den großen Bogen. Okay. Jetzt ist er noch ein bisschen weiter weg. Äh, jetzt kommen wir wieder näher ran. Wo bist du? Alter! Wow! Gott war das knapp! Jaaa! Das war knapp! Das Ei fiel raus, kurz bevor die Untertasse eine Bruchlandung gemacht hat! Wunderschön! Super! Sarah! Ohne Haar! Ohne Haar! So, dann hätten wir das Level hier auch fertig. Dann kann ich hier schon mal sagen, ich hoffe, dass euch die heutige Aufnahme gefallen hat. Wir haben ja ein bisschen was geschafft. Äh, drei Level? Drei Level, ja. Ähm, da haben wir beim nächsten Mal nicht mehr so viel vor uns. Also, ich würde sagen, nächste Aufnahme ist die letzte Aufnahme. Und, äh, ja. Hoffentlich sehen wir uns dann auch bei der nächsten Aufnahme wieder. Äh, ja. Tschüss!